Schon zwei Tage zurück aus Marseille, jetzt Tag 10. Olympische Sommerspiel, ein wichtiger Tag und es geht so in das letzte Drittel. Der Olympische Ring immer dabei, eine Faszination weiterhin. Eine gute erste Hälfte erlebt, das Schweizer Team mit sechs Medaillen. Die fünf vierten Plätze, die im ersten Moment weh, aber schlussendlich sind die über 20 Diplome schon in der ersten Hälfte ein Abbild der Breite des Schweizer Sport. Es freut mich speziell, dass von diesen sechs Medaillen fünf Verbände betroffen sind. Das zeigt auch die Vielseitigkeit und das ist die Stärke des Schweizer Sport. Alles in allem eine tolle Ambience. Die Athletinnen und Athleten haben Freude. Sie saugen diese Stimmung auf. Man merkt es auf den Strassen, man merkt es auch im Transport. Man merkt es abends, wenn die Wettkämpfe vorbei sind. Es pulsiert und es ist wirklich eine Stadt der Emotionen und der Liebe. Und ich gehe mit grosser Zuversicht in die zweite Woche, die letzte Woche. Es geht schnell vorbei. Aber wir haben noch einige Trümpfe bei uns im Team. Und darum Hobbschweiz. Allez la Suisse!